So Leute, da sind wir bei der nächsten Aufgabe, nämlich eliminiere einen Gegner aus über 25 Meter. Ihr seht, die Aufgabe ist noch nicht erledigt. Wo werde ich das Ganze machen? Natürlich in Gruppenkeile, ihr wisst ja, da ist es einfach am einfachsten in Anführungszeichen. Nur ihr seht schon an meinem wunderbaren Loot, da ich für euch eben eine andere Aufgabe gemacht habe, habe ich halt absolut keine AR. Also ich habe noch nie eine Runde, wo keine AR irgendwo rumliegt. Und waren es 25 Meter? Wahrscheinlich nicht. Mal gucken, ob ich hier noch einen Kill irgendwie so hinkriege. Sowas habe ich echt noch nicht erlebt. Also, was müsst ihr achten? Halt wirklich 25 Meter, zack. Ihr habt es gesehen, die Distanz war jetzt nicht groß. Aber so einfach kann man es machen. Habt natürlich jetzt auch ein bisschen Glück gehabt, dass ich den Gegner direkt so getroffen habe. Ich hoffe, ich konnte euch auch damit weiterhelfen. Macht es halt, wie gesagt, in Gruppenkeile. Aber ich denke mir, ihr werdet die Aufgabe ganz easy schaffen. Also macht euch da wirklich keinen Kopf. Und in dem Sinne würde ich sagen, erstmal danke für jedes Like, was jetzt reinkommt. Danke an erstmal jeden neuen Abonnenten. Und in dem Sinne würde ich sagen, gucke ich für euch weiter für die Aufgaben. Und haut rein.